Ich glaube, die Stimmung ist gut. Wir versuchen natürlich jetzt nicht zu viel Druck aufzubauen, das würde ja dann auch in die falsche Richtung gehen. Wir versuchen den äußerlichen Druck von der Mannschaft wegzuhalten. Wir wissen, dass wir es besser können. Wir wissen, dass wir mehr Spiele gewinnen müssen, wenn man bei der Austria ist. Ich bin als Trainer gefordert, wir sind als Mannschaft gefordert und wir wollen natürlich schnellstmöglich anfangen, Spiele zu gewinnen. Wie gesagt, dann kann es aber auch schnell nach oben gehen. Lustigerweise war die letzte Trainingswoche genauso gut wie die vorigen, nur unser großes Problem war bis jetzt, dass wir das Ganze eben am Wochenende nicht aufs Spielfeld bringen haben können und deswegen hoffen wir, dass es diesmal anders wird. Das einzige Fragezeichen wird der Heinz Lindner sein, wenn die nächsten zwei Tage nichts passiert und wir versuchen natürlich alles, dass er fit wird, so fit wird, dass er am Sonntag dann beim Spiel dabei sein kann. Sturm war eigentlich für uns immer schon eine sehr unangenehme Mannschaft, vor allem auch auswärts, aber auch zu Hause haben wir immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Sie sind einfach wirklich unberechenbar. Sie können einen super Tag erwischen, wo Ihnen alles aufgeht, dann vielleicht aber auch genau das Gegenteil und deswegen unser Trainerteam hat wieder ein Video zusammengestellt, wo wir dann sehen werden, wie sie zum Knacken sind. Wir haben natürlich Überlegungen. Es ist natürlich auch Wanzi Schikow gekauft worden, geholt worden, um uns Stabilität in der Abwehr zu geben. Der ist natürlich eine Option mehr. Der Oma Damari hat jetzt ein Spiel gespielt, hat ein Tor geschossen, ein sehr schönes Tor geschossen. Das gibt auch Hoffnung. Wir wollen ihn schnellstmöglich integrieren. Er kann noch nicht 90 Minuten so spielen, wie wir uns das vorstellen, aber auch er macht im Training einen guten Eindruck. Ich hoffe, das bleibt und das geht so weiter. Und wir wollen natürlich jetzt in Graz beginnen, eine sehr gute Leistung abrufen zu können, sehr engagiert aufzutreten. Wir wollen auch dominant sein und wir wollen natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist. Es kommen jetzt von der Papierform her vermeintlich schwierigere Gegner und vielleicht liegt uns das einfach mehr. Ja, die Diskussionen, die Presse will natürlich immer versuchen, auch von außen Dinge für sich selber zu beanspruchen und zu sehen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Die Mannschaft übernimmst du als neue Trainer im Sommer, dann gibt es die oder die Werte, die einfach so sind, wie sie sind. Den Ist-Zustand haben wir erhoben. Wir wollten fitter werden. Das haben wir auch geschafft. Wir haben vor gut zehn Tagen den zweiten Test gemacht, wo wir unsere Trainingssteuerung selber kontrollieren konnten. Die Werte sind jetzt sehr gut. Jetzt geht es daran, im Kopf so stark zu werden, um jetzt auch anzufangen, Spiele zu gewinnen. Aber dann kann es natürlich auch schnell wieder bergauf gehen. Graz ist bekannt dafür, dass sie sehr gute Fußballer haben. Wie schon gesagt, sie können einen sehr guten Tag oder einen sehr schlechten Tag erwischen. Bei uns ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Steigerungspotenzial vorhanden. Das müssen wir jetzt endlich einmal zeigen, was eigentlich in uns steckt. Und ja, wir versuchen jetzt einfach, dass wir das gleich in Graz so machen, wie wir uns das vorstellen. Ja, wir pauschen das intern natürlich nicht so groß auf. Es wird in den Medien jetzt viel geschrieben. Die Austria sind nach von den Punkten. Die Austria steht von der Punkteanzahl schlechter. Wir stehen in der Tabelle schlechter. Aber du kannst ja eh nur versuchen, als Trainer gut zu arbeiten, mit den Jungs so umzugehen, wie die jeweilige Mannschaft in der jeweiligen Situation auch das braucht. Im Moment brauchen wir also keine Peitsche. Die Jungs ziehen voll mit und wir versuchen natürlich, von Woche zu Woche besser zu werden. Und wie gesagt, es fehlt nicht viel. Und das, was noch fehlt, das wollen wir aber jetzt auch am Sonntag versuchen, dass wir das ins Positive umdrehen können. Und das, was wir dann auch an. Vielen Dank.